Ich fliege zweimal im Jahr auf die Philippine. Wir kommen aus Apolder. Habe ich schon erzählt. Apolder liegt praktisch gleich weit. Von Weimar und Buchenwald. Ich wollte Kaugummi kaufen. Von so einem Jungen mit dem Bauchladen. Da sagt der, hey, willst du meine Schwester? Ich sag, nee, keine Kinder, klar. Darauf sehr, Junge. Du kannst auch meine Mutter haben. Mögen Sie nun die Deutschen? Ja oder nein? Die haben ja noch nicht sehr auf die Philippine. Ich dich auch nicht. Meine Damen und Herren, ich vertrete hier in Manila General Air. Die Sache hier dauert noch ein wenig länger. Sie ist auf der Weg zu Stuttgart. Business? Vacation? Vacation. Was soll man von meinen Halten, die Pausen nur zur Fahrt sagen? Das finde ich auch scheiße. Die wollen uns ja fertig machen. Weil wir so erfolgreich sind. Wir. Sie sind ja nicht so richtig. Die sind ja so richtig. Ich bin ja nicht so richtig. Sie müssen mich schütteln. Sie müssen mich schütteln. Es ist eine wilde Stadt, Knut, mit einem zärtlichen Namen.